Hallo Freunde und herzlich willkommen zu Band 6 vom einsamen Wolf, die Königreiche des Schreckens. Wir wollen jetzt mal das Observatorium aufsuchen. Das wollte ich ja schon die ganze Zeit eigentlich machen, aber ich dachte, das hier wäre das Bessere, wenn wir das machen. Aber gut, geht's zum Observatorium. Die Tür fällt hinter dir ins Schloss. Es dauert ein paar Sekunden, bis sich deine Augen an das trübe Licht im Inneren gewöhnt haben. Aber dieser Raum scheint die Vorkammer einer größeren Halle zu sein. Du folgst dem schwachen Klang von Stimmen durch einen Bogengang, einen Korridor entlang und in die Haupthalle hinein. Eine Gruppe alter Männer hat sich hier um einen runden Tisch aus glänzenden, poliertem Stahl versammelt und brütet über Büchern, Himmelsdiagrammen und Sternenkarten. Kugeln aus blau-weißem Feuer hängen bewegungslos in der Luft und beleuchten die Folianten und Manuskripte der alten Männer. Sie sind in ein Gespräch vertieft und sehen dich erst, als du nahe an ihren Stahltisch herangetreten bist. Ihre Reaktion auf dein plötzliches Erscheinen ist erstaunlich. So, als hätten sie einen Geist gesehen. Schreckenschreie und entsetzte Gesichtsausdrücke schlagen dir entgegen. Für einen der alten Männer ist der Anblick zu viel. Ach, du Schande, wo sind wir dahin geraten? Ähm, wir haben hier ein Bild. So. Äh, er wird ohnmächtig und bricht schlaff über seinen Büchern und Karten zusammen. Nur einer der Männer bleibt ruhig und wertgefasst. Hast du in einem vorherigen einsamen Wolf-Abenteuer jemals eine kleine Hütte entlang der Straße der Räuber besucht? Lies weiter bei 233. Hast du diesen Ort nie betreten? Lies weiter bei 6. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Also entlang der Straße der Räuber, das war ja Band. 4 oder 5, ich weiß es gar nicht mehr. Da, wo wir nach Dings gegangen sind. So eine Schlucht von Dings, der Straße von Ruanan, wo wir da hingegangen sind. Und ich glaube, wir haben eine kleine Hütte gehabt. Also ich glaube, wir sind da in eine kleine Hütte reingegangen. Aber ich bin mir absolut nicht mehr sicher. Wir sind da in eine kleine Hütte reingegangen. Wie gesagt, ich glaube, wir sind es. Aber ich bin echt nicht mehr sicher. Wenn ihr es noch wisst, schreibt es mal in die Kommentare rein. Dann, ich bin mir echt unsicher. Also ich sag einfach mal, wir sind in die kleine Hütte reingegangen. Du erkennst den alten Mann, der nun gelassen und lächelnd vor dir steht sofort wieder. Es ist derselbe alte Mann, den du vor einigen Jahren in einer Hütte entlang der Landstraße von Holmgard nach Ruanan getroffen hast. Ich sag doch, dass es das, wo wir nach Ruanan gegangen sind. Es ist derselbe Mann, der dir eine Schriftrolle überreicht hat, in welche die Gefahren der Schlucht des Schicksals prophezeit wurde. Willkommen, einsamer Wolf, sagt er und lächelt freundlich. Erneut haben die Sterne vorausbestimmt, dass sich unsere Wege kreuzen sollen. Aber es macht keinen Unterschied, ob wir das jetzt gemacht haben oder nicht. Es geht bei sechs weiter. Und beim anderen Dings ging es ja auch genau bei sechs weiter. Also es hätte jetzt keinen Unterschied gemacht, ob wir in der Hütte gewesen wären oder nicht. Beruhigt euch, meine Brüder. Er ist es, der Kailord. Die bestürzten alten Männer finden langsam ihre Fassung wieder und ihre erschrockenen Minen verwandeln sich langsam in Gesichter voll Ehrfurcht und Bewunderung. Ich bin Guenian, sagt der Führer. Genau den, wo wir suchen. Ha, wir haben ihn gefunden. Wir haben deine Ankunft erwartet. Er deutet auf die Karten, die den Tisch bedecken und auf ein gewaltiges Teleskop, das auf einer Plattform nahe der Kuppeldecke befestigt ist. Die Sterne prophezeiten die Gestalt zukünftiger Dinge. Sie sind unsere Berater. Wir wissen von deiner Suche nach dem Weisheitsstein. Wir wissen, dass es eine gerechte Sache ist und schwören, dass wir dir helfen werden. Aber viele unserer Brüder fürchten seine Macht. Sie haben sich entschieden, das Wissen der Sterne zu ignorieren. Und sie haben einen närrischen und gefährlichen Eid geschworen, dass sie das Geheimnis um den Weisheitsstein für sich behalten und alle töten, die nach ihm suchen, damit diese ihn nicht für ihre eigene Zwecke gebrauchen können. Seine Worte werden plötzlich von Faustschlägen an der Tür zum Observatorium unterbrochen. Offenbar hat man dein Pferd entdeckt. Übergebt ihn uns, schreit ein Chor wütender Stimmen. Schnell, du musst sofort verschwinden, sagt Grandian, während er dich in einen kleineren Raum führt. Ein versteckter Riegel wird zurückgeschoben und ein Teil der Holzverkleidung geht knachend auf. Und somit eine unbeleuchtete Passage, um somit eine unbeleuchtete Passage freizugeben. Als du den Weisen und seinen Gefährten in die Dunkelheit folgst, hörst du, wie hinter dir die Tür zum Observatorium zersplittert und aufgebrochen wird. Hm, also Observatorium war auf jeden Fall das Richtige. Jetzt frage ich mich natürlich, hätten wir vielleicht auch noch vorher den Tempel besuchen sollen? Haben wir da jetzt was verpasst? Das ist durchaus möglich. Die Passage führt in ein Kellergewölbe, das so kalt und still ist wie ein Grab. Gwenyam spricht mit seinen Brüdern, bevor sie auf ein fernes Portal zureiten. Während sie in der Dunkelheit verschwinden, kehrt Gwenyam zurück an deine Seite. Sein Gesicht ist düster. Der Weisheitsstein von Faretta ist in der Krypta der Kathedrale von Takeru versteckt. Dieser Schlüssel wird das Grab, in dem er liegt, öffnen. Er holt einen Silberschlüssel aus seinen Ärmel hervor und übergibt ihn dir. Meine Brüder werden dir ein schnelles Pferd für deine Reise bereitstellen. Sobald die Uhr des Observatoriums Mitternacht schlägt, geh durch das Portal und folge dem Gang bis zum Ende. Er führt unter der Stadtmauer hindurch. Dein Pferd wird dort warten, wo der Gang an der Oberfläche führt. Du kannst gern jeden Gegenstand aus diesem Keller mitnehmen, wenn er dir bei deiner Suche von Nutzen ist. Mögen Kai und Ischia ewig über dich wachen, einsamer Wolf. Du nickst zum Dank und beobachtest, wie Gwenyam durch das Portal verschwindet. Der Keller ist gut mit Vorräten bestückt und du findest die folgenden Gegenstände, die dir bei deiner Reise nach Takeru helfen könnten. Ein Kampfstab, ausreichend Nahrung für zwei Mahlzeiten, ein Streitkolben, eine Messingpfeife, ein Seil, ein Kortschwert. Zusammen mit dem Silberschlüssel von Gwenyam, vermerke ihn als speziellen Gegenstand auf deinem Aktionsblatt, packst du alle Gegenstände ein, die du behalten möchtest. Dann lässt du dich nieder, um auf die Mitternacht zu warten. Okay, Moment, da schreiben wir jetzt doch gleich mal was auf. Ich würde dir ausreichend Nahrung mitnehmen. Also da es hier ja nicht steht, dass wir für zwei Mahlzeiten, da es hier nicht steht, dass das zwei Plätze hier im Rucksack belegen, hätte ich gesagt. Hätte ich das jetzt zugeschrieben. Dann haben wir jetzt schon wieder drei. Also so hätte ich das jedenfalls mal geschrieben. Mahlzeiten für zwei Mahlzeiten, wenn es hier so steht. Dann hätte ich auf jeden Fall die Messingpfeife mitgenommen. Äh, warte mal. Messingpfeife ist aber kein spezieller... Nee, die Messingpfeife ist kein spezieller Gegenstand anscheinend. Also muss das hier reinkommen. So. Und natürlich noch der Silberschlüssel. So, das andere brauchen wir eigentlich nicht. Messingpfeife, ich habe keine Ahnung, ob er die wirklich brauchen werden oder nicht. So, und da schreibe ich mir jetzt auf. Krypta Der Kathedrale. Und jetzt fängt mein Stift nicht an. Jetzt will mein Stift nicht mehr schreiben. So, Kathedrale. Ah, jetzt schreibt er wieder. T-K-A-R-O. So. Dann haben wir das schon mal. Gut. Sehr schön. Äh, dadum, dadum. So, dann lesen wir weiter bei 175. Als die Uhr des Observatoriums 12 schlägt, bist du gewappnet, um das Portal zu betreten. Du folgst einen trockenen Steingang, bis du an eine Eisentür gelangst. Sie öffnet sich mit einem metallischen Quietschen und einem Windstoß. Der seltsam süß nach feuchter Erde riecht, schlägt dir entgegen. Vor dir windet sich eine schmale Steintreppe in die Dunkelheit hinab. Du steigst vorsichtig die moosgrünen, rutschigen Stufen hinunter und triffst unten auf einen grob gehauenen Tunnel, der Richtung Westen verschwindet. Du drängst weiter und gelangst schließlich an eine weitere Eisentür. Gwynion hat Wort gehalten. Hinter der Tür erwartet dich eine ausgezeichnete, dunkelbraune Fuchsstute. Sie ist frisch gesattelt und zum Aufbruch bereit. Du befindest dich in einem kleinen Wall, welchen nach einer Straßenkreuzung. Du kannst im Mondlicht einen Wegweiser sehen, der dir zwei verschiedene Ziele anzeigt, Amoro und Soren. Zieh die Karte am Anfang des Buches zur Rade, bevor du dich entscheidest, welchen Weg du einschlägst. Wenn du die Landstraße nach Amori nehmen willst, liest weiter bei 331. Möchtest du die Landstraße nach Soren nehmen, liest weiter bei 267. Jetzt bräuchten wir tatsächlich mal die Karte, die ich natürlich nicht aufgemacht habe. Moment, das machen wir doch gleich nochmal. So, ja, ist auch gleich aufgegangen. Jetzt muss ich mal hier, Moment, wo kann ich hier vergrößern? So, ach, das ist wieder das Problem, dass es hier nicht richtig drauf geht bei euch. Kann ich, wo ist meine Maus? Ich finde meine Maus nicht mehr. So, okay. Ah, das ist ein bisschen blöd. Kann ich das irgendwie ein bisschen... Ah, jetzt ist es gar nicht mehr richtig drauf. Ah, das ist ein bisschen blöd alles. Ah, ich kriege es nicht richtig drauf. Moment. Wo haben wir denn die Karte? Ah, so ist es doch viel besser. So funktioniert es viel besser. Okay. Alles klar. Also, wir sind in Varetta. Also, Moment. Ich markiere es mal, falls ihr es noch nicht gesehen haben solltet. Äh, ich habe doch gesagt rote Farbe. Machen wir mal ein bisschen größere Striche, Dings. Hier sind wir, Varetta. Hier ist Sorren. Und hier ist Amory. Das heißt, wir haben jetzt den möglichen Weg, entweder hierher oder hierher zu gehen. Und wir müssen nach Tecaro. Also, den Krypta der Kathedrale von Tecaro. Tecaro liegt hier. Dann hätte ich gesagt, sollten wir eher diesen Weg hier nehmen. Zuck, 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 nach Amory. Und dann können wir von Amory entweder hier lang gehen, je nachdem. Nach Lula und von Lula nach Takaro. Oder von denen hier nach World oder wie weiß ich, nach Tido. Und dann nach Takaro. Ich weiß, das sieht jetzt ein bisschen krass aus, was ich da gezeichnet habe. Aber ich denke mal, der richtige Weg oder der kürzere Weg, den wir haben, ist tatsächlich nach Amaro. Sonst müsste man nach Sorren gehen. Und von Sorren nach Amaro. Und von Amaro, dann müssen wir mal weiterschauen, wie es da weitergeht. Zuck, 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 zuck. Genau. Das heißt, wir gehen dann diesen Weg hier nach Amaro weiter. Und von Amaro müssen wir dann schauen, ob wir dann hier lang gehen können oder hier lang gehen können. Oder wie auch immer. Okay. Sehr schön. Dann denke ich, wissen wir, wie wir lang laufen sollten. Nach Amaro sollten wir, denke ich. Ich denke, das ist wohl der richtige Weg. Du reitest die ganze Nacht hinter euch, ohne zu schlafen. Während allein der Mond die Straße vor dir erhält. Als das erste Licht der Morgendämmerung über den Horizont kriecht, siehst du ein kleines Dorf, das kaum eine Meile entfernt liegt. Als du auf der müllübersäten Hauptstraße durch das Dorf reitest, wirst du schroff von einem Hund angebellt. Und du bist gezwungen, ihn mit deiner Stiefelspitze zu vertreiben, als er hartnäckig nach deinem Hinterbein deines Pferdes schnappt. Moment, wo sind wir jetzt? Ja, das ist der erste Morgendämmer, ne? Siehst du ein kleines Dorf, kaum eine Meile. Ja, genau. Aber keine Ahnung, Amaro wird es wohl noch nicht sein. Auf der anderen Seite des Dorfes, wo die Landstraße zwischen einer Reihe vereinzelter Hügel verschwindet, steht ein befestigtes Herrenhaus. Ein großes Schild, das von Wind und Regen abgetragen worden ist, verkündet eine seltsame Botschaft. Amory Sesse. Drei Goldkronen. Wirst du anhalten und in den Herrenhaus nach der Bedeutung des Schildes fragen? Lies weiter bei 27. Möchtest du das Schild ignorieren? Dann kannst du deinen Weg nach Amory fortsetzen, indem du bei 146 weiterliest. Hm, okay, wir fragen mal nach der Bedeutung des Schildes. Du treibst dein Pferd, den steilen Pferd, zum Herrenhaus hinauf, reitest unter einem turmbesetzten Tor hindurch und hältst vor einem kleinen Nebengebäude an, dessen Außenwände mit verschachtelter Schmiedekunst aus Eisen verstärkt worden sind. Muss man mal was aufschreiben. 6, so. Ähm, die obere Hälfte einer Stahltür schwingt auf und ein spitzhaariger Jugendlicher schielt dich an. Wollt ihr eine Sesse für Amory? Fragt er spontan. Das kostet drei Goldkronen. Er hält ein quadratisches blaues Kästchen in einer Hand und streckt dir keck die geöffnete Handfläche der anderen entgegen. Wenn du ihn fragen willst, was eine Sesse ist, lies weiter bei 273. Möchtest du im Gold drei Goldkronen zahlen, lies weiter bei 304. Oder beschließt du ihn zu ignorieren und deinen Weg auf der Landstraße fortzusetzen. Wir fragen mal, was Sesse ist. Das ist die Steuer, die ihr zahlen müsst, um nach Amory reinzukommen, antwortet er und ist von deiner Unkenntnis der lokalen Bräuche ziemlich verärgert. Das ist Lyris und Amory ist eine Saloni, erklärt er und betont jedes Wort, als wärst du taub oder begriffstutzig. Ihr braucht für Amory eine Sesse. Wenn du eine Sesse kaufen willst, dann zahle ihm drei Goldkronen und lies weiter bei 304. Möchtest du ihn ignorieren und deine Reise fortsetzen, lies weiter bei 146. Oder beschließt du ihm eine Lektion in Sachen Manieren zu erteilen, lies weiter bei 160. Ich wäre ja fast schon dafür, in eine, wie heißt's, in eine Lektion zu erteilen. Ich glaube aber, das ist keine gute Idee. Von daher denke ich mal, kaufen wir uns, ähm, kaufen wir uns wohl so eine Sesse. Das heißt, drei Goldkronen. Äh, Moment, wo war's? 304. Der mürrische Jugendliche greift sich sein Gold, das heißt, wir haben nur noch 24, schnippt dir das quadratische blaue Kästchen mit Geringschätzung zu und knallt die Tür des Nebengebäudes wieder zu. Hm. Ich bin fast überlegt, ob das andere vielleicht doch besser gewesen wäre. Auf das Kettchen wird das Datum des heutigen Tages gestempelt und er wird dir Zugang zur Stadt Armory verschaffen, wenn auch nur heute. Du steckst die Sesse ein, vermerke sie aus speziellen Gegenständen auf deinem Aktionsblatt und reite weiter. So. Alles klar. Dann geht's weiter. Bis zum Mittag liegen die Hügel schon weit hinter dir und du ablegst zum ersten Mal die schneebedeckten Gipfel der Canary-Berge. Canary-Berge. Ah ja. Das sind dann hier die Canary-Berge. Da wo auch Armory dann da dran liegt. Okay. Im Süden, eingebettet am Fuß der Berge, liegt die Stadt Armory. Du bist müde, aber du weißt, dass du weiter drängen musst, wenn du die Stadt noch vor Einbruch der Nacht erreichen willst. Du kommst an eine Weggabelung, wo ein steinerner Wegweiser in zwei Richtungen zeigt, nordwestlich nach Soren und südlich nach Armory. Beide Städte liegen genau 25 Meilen von diesem Punkt entfernt. Du bist hungrig und musst jetzt eine Mahlzeit essen oder drei Ausdauerpunkte verlieren. Ja, dann essen wir doch eine Mahlzeit. Das ist der Brotlaib, wo dann weg ist. Dann haben wir noch zwei. Und wieder ein Platz im Rucksack frei. Haha. Willst du deinen Ritt nach Armory fortsetzen, lies weiter bei 96. Entschließt du dich, die Richtung zu ändern und nach Soren zu reiten, lies weiter bei 247. Nein, wir reisen nach Armory. Es ist eine Stunde nach Sonnenuntergang, als du die Tore von Armory erreichst. Unter dem dunkler werdenden Schatten des Wachturms kämpfst du gegen deine Müdigkeit an und wartest geduldig, während sich das Tor langsam und knachend öffnet. Ein Soldat, der eine schwarz-goldene Kettenrüstung tritt, tritt heraus und verlangt, deine Sesse zu sehen. Wenn du eine Sesse besitzt, lies weiter bei 49. Besitzt du diesen speziellen Gegenstand nicht, lies weiter bei 221. Wir besitzen den. Der Wächter schnappt sich das blaue Kärtchen zwischen deinen Fingern, geht dann zu einer zischenden Wandfackel hinüber und nimmt sie aus ihrer Halterung. Er kehrt mit erhobener Fackel zurück und betrachtet zuerst das Kästchen und dann dein Gesicht. Kommt rein, knurrt er und zerknüllt das Kästchen in seiner behaarten Faust. Du klickst mit den Fersen und drängst ein müdes Pferd durch das Stadttor. Also die Sesse haben wir schon wieder verloren. Aber wir sind wenigstens in die Stadt reingekommen. Okay, sehr schön. Plötzlich bricht die Hölle los. Was? Aber nicht wegen uns, oder? Nö. Schrauffe Stimmen brüllen und schreien und das Knirschen eisenbeschlagener Stiefel auf Steinhallen halt durch die Stadt. Was? Dräng es von fortzufahren, dies bei 1, 2, 9. 1, 2, 9. Plötzlich bricht die Hölle los. Alarmglocken grellen, schroffe Stimmen brüllen und schreien und das Knirschen eisenbeschlagener Stiefel auf Steinhall durch die Stub. Ein Truppsoldat umzingelt dich und ihre Gesichter erscheinen im Schein ihrer lodernden Fackel verzerrt und unnatürlich. Deine Sinne sind durch deine Müdigkeit abgestumpft und du wirst aus dem Sattel gerissen und entwaffnet. Bevor du dich zur Wehr setzen kannst, alte Eisenkettenwerfen werden fest um deine Arme und deinen Körper gewickelt und du wirst grob in einen grauen Steinkerker gestoßen. Eine Welle, der Angst überkommt dich, als du einen flüchtigen Blick auf ein Plakat erhascht, das an der Kerkertür geklebt worden ist. Drauf kannst du dein eigenes Gesicht sehen. Darunter steht, zum Tode verurteilt, auf Befehl von Lord Roak, Edler von Amory. Innerhalb einer Stunde ruht dein Kopf auf den Richtblock. Als die rasiermesserscharfe Schneide einer zweihändigen Axt auf deinen Nacken zusaust, ist das Letzte, was du hörst, das bösartige und rachsüchtige Lachen des jungen Adligen. Dein Leben und deine Suche enden hier auf tragische Weise. Was? Also das ist jetzt eine unfaire Stelle. Entweder doch, nee, aber laut Karte wäre nach Amory der beste Weg gewesen, wo wir hinkommen sollen. Dann gehen wir da hin, holen uns das Ding, dass wir auch das Ding betreten können, werden umstellt auf einmal und unser Leben endet hier. Was ist denn das für ein Scheiß? Also, ganz ehrlich, das ist doch ein Scheiß. Hätten wir vielleicht doch rasten müssen? Moment. Nee, das ist ja Ding. Also, wenn wir nach Amory reisen, endet anscheinend unsere Reise. Also, da gibt es anscheinend keinen anderen Weg. Ich bin jetzt gerade mal am Schauen. Also, wir haben uns die Sesse gekauft. Blablabla, blablabla, 146 geht's weiter. Genau. Dann können wir unseren Ritt nach Amory fortsetzen. Das wollten wir ja machen. Wir wollen ja nicht nach Soren reisen. Dann fahren wir die Sesse. Wenn wir die zahlen, geht's weiter bei 129. Und dann endet das ganze Ding. Und wenn wir, nein, äh, wenn wir kein Sesse gekauft hätten, geht's weiter da weiter. Kommen wir auch ganz normal rein. Und es endet. Also, sobald wir Amory betreten, endet das Spiel. Egal, ob wir jetzt eine Sesse haben oder nicht. Es endet hier. Das heißt, der richtige Weg, den wir gehen müssen, ist nach Soren zu gehen. Also, wir müssen, wie gesagt, hierher. Dann sind wir jetzt hier so lang gelaufen. Haben Amory betreten. Und hier sterben wir. Was ist denn das für ein Scheiß? Das heißt, der richtige Weg wäre tatsächlich, nach Soren zu gehen. Also, hierher. Und dann vielleicht hier durch die Berge zu reiten. So, Rem. Hierher. Und dann nach Terkaru. Das wäre anscheinend der richtige Weg. Aber was ist denn das für ein Scheiß? Habe ich da erst irgendwas übersehen? Haben wir irgendeinen Hinweis gekriegt, dass wir Amory nicht betreten dürfen? Wir haben Verretter verlassen. Es hieß, nimm die Karte zur Hilfe. Und meiner Meinung nach ist das hier der bessere Weg als der hier. Ich meine, es geht auch nach Soren und dann hier lang zu laufen. Aber dass es hier zu einer Sackgasse führt. Nee, also das finde ich, das finde ich echt arschlochmäßig. Das gefällt mir gerade überhaupt nicht. Das gefällt mir jetzt ganz und gar nicht, dass es da keine, also ich habe jedenfalls keine Hinweise gekriegt, dass wir da sterben werden. Dass wir da nicht reingehen können. Dass wir es, ähm, dass der richtige Weg nach Soren da reitet. Ähm, ja. Nee, das gefällt mir überhaupt nicht. Okay. Dann beenden wir jetzt hier die Folge. Und, ähm, ja. Wir beenden die Folge. Und wir fangen dann an der Stelle an, wo wir das Observatorium verlassen. Wo wir dann diese Entscheidungsmöglichkeit haben, ob wir nach Amory oder nach Soren reisen. Hat sich ja nicht viel geändert an unserer Karte. Das heißt, den Silberschlüssel und das Blablabra haben wir. Wir haben nur wieder drei, hoppla. Wir haben nur wieder drei Gold mehr. Die haben wir dann ja nicht ausgegeben, weil wir ja da nicht hingekommen sind. So würde ich sagen, machen wir das dann. Dann, weil wir fangen ja nicht das ganze Ding von vorne an. Das wäre ja auch irgendwie blöd. Ja, wie gesagt, an der Stelle fangen wir dann von vorne an. Oh, und wir haben natürlich noch den Brotlaib. Und drei Mahlzeiten. Hoppla. So. Weil den haben wir ja dann auch noch nicht gegessen. Okay. Dann machen wir es so. Bis zur nächsten Folge. Bis nächsten Montag. Tschüss. Macht's gut.